Oh Gott, was ist das denn? Meine Babys? Schrecklich, die Piraten haben alle meine Babys erholt. Sie haben sie in Käfige und in den Minen gesperrt. Uiuiui. Mein Schatz Globo... Ah, das... Oh, versuchte sie zu stoppen. Das ist anscheinend die Frau von Globox. Aber die Piraten haben ihn auch gefangen. Schon wieder! Sie haben ihn zu ihrem Gefängnisschiff gebracht. Hm, nochmal retten, wa? Kann ich ein bisschen... Oh. Ruklete, heißt sie? Loh, also das kann ich ja lenken. Oh, shit. Oh. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Loh, ich kann schießen. Da fuhr, okay. Loh. Ne, wir werden ziehen. Wenn nicht, dann gucke ich nochmal nach und dann hole ich mir den so gesehen nochmal. Aber wir spielen das trotzdem jetzt so gesehen erstmal... Erstmal weiter. Ah, ich kann auch hoch und runter. Ah, okay. Loh. Also man muss schon sagen, von den Mechanics her, ne? Da haben die sich echt was einfallen lassen. Oh, Loh. Also das kann ich... Ah, okay. Jeder Normale würde da jetzt rechts rum fliegen. Fliege ich hier in die Sackgasse rein? Nee. Westliche... Westliche Mine? Kommt da auch welche raus? Ah, da kommt der, glaube ich. Deswegen, es kann sein, dass ihr jetzt inzwischen ein bisschen hinterherhängt. Ich würde einmal ganz kurz nochmal checken. Ich mache das trotzdem hier drüben mal ganz kurz an. Es ist okay, okay. Es ist noch nicht ganz so krass. Ähm, die Sache ist, ähm... Dass das Internet leider momentan bei mir ein bisschen eine Strichdurchrechnung macht. Ich habe gestern den Server umgestellt gehabt von, ähm... Ich glaube, wir rauchen schon ein bisschen. Ich habe gestern umgestellt gehabt von, ähm... Oh, fuck. Von, ähm... Automatisch auf Amsterdam. Und in Amsterdam lief es jetzt momentan am besten. Deswegen, ähm... Ähm... Deswegen habe ich das jetzt auch wieder heute genommen. Aber heute scheint das nicht so hundertprozentig zu laufen. Deswegen hängt der momentan, glaube ich, so eine Minute oder so schon hinterher. Alter, wie viele Kinder haben die denn? Holy shit, man. Es hört sich übrigens an wie die Schüsse von, ähm... Von Star Wars. Habe ich, glaube ich, gestern schon gesagt, ne? Da sind wir hier einmal rum. Er ist schon ziemlich cool gemacht. Da kann man echt nichts anderes sagen. Oh, das geht nicht gut aus. Das geht nicht gut aus. Ich muss mich jetzt ganz kurz entscheiden, wo ich langgehe. Nicht, dass ich hier was übersehe. Wir können hier aber nochmal kurz drehen. Ich will nur gucken, dass ich hier... Weil wir gehen hier so gesehen mit dem Fluss. Von da sind wir gekommen. Okay. Ja, ist gut. Wollten nur nochmal auf Nummer sicher gehen. Aber alles gut. Östliche Mine. Da hüpfen sie wieder rein. Damit, dass die in die Minen arbeiten mussten, ne? Ai, 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 ai. Aber ich will gar nicht wissen, wie viele Kinder ich hier jetzt eingesammelt hab. Klein ist die Familie auf gar keinen Fall. Das kann man so oder so sagen. Ah, jetzt muss ich wieder zurück, wa? Oh nein. Kann es sein, dass ich zurück muss? Wahrscheinlich, wa? Ich hätte auch wieder drückt halten können. Für mich über Star Wars hier, ey. Das erinnert mich sehr an das Lego Star Wars. Die Lego Star Wars Geräusche, wenn man da schießt. Ich hoffe mal, dass das jetzt alle waren. Ich dachte, das passt. Scheiße. Ja, dann müssen wir leider nochmal machen. Das war aber eigentlich die Inkompetenz vorhin. Jetzt bin ich hier ein bisschen schlauer. Fuck. Das tun wir. Und zwar nochmal. Next try. So. Das kann ich, glaube ich, nicht kaputt machen, ne? Ne. Das geht nicht. So, jetzt sind wir mal ein bisschen schlauer. Ich finde es mir schade, dass man mit dem Ding nicht schneller fahren kann, so gesehen. So, Nummer eins ist weg. Das sieht jetzt auch mal ein bisschen besser aus. Wir fahren jetzt nämlich auch mal ein bisschen anders. Weil es erst hier rum. Oh. Er ist Lechemien. Ja, es ist schon sehr cool gemacht. Also haben sie sich wirklich ordentlich was einfallen lassen. Das kann man nicht anders sagen. Das kann man nicht anders sagen. So, und einmal rum. Ah, geht ziemlich weit weg mit der Sicht. Das ist dann immer ein bisschen blöd beim Einschätzen. Das ist halt das Problem, wenn du halt auch keine ordentlichen Schatten hast. Da siehst du dann halt auch nicht ordentlich. Obwohl jetzt sich gerade der Schiff wirklich befindet, ne? Also du kannst es halt jetzt nur so erahnen. Aber 100% ich weiß das halt nicht. Kaputt. Dann sollen wir hier nochmal einen. Und dann haben wir, glaube ich, noch einen, ne? Eine dürfte da vorne dann noch sein. Boah, habe ich jetzt einen übersehen? Ne, oder? Ich hatte das Gefühl, ich habe vorhin vier insgesamt gehabt. Jetzt habe ich, glaube ich, nur drei gehabt, oder? Da kommt jetzt gleich noch eine. Ah, okay. Das ist das Problem, wenn man dann in die andere Richtung auffliegt. Tschüss. Alle Rindar. So, auf geht's, zurück. Und diesmal auch mit dreimal so viel Leben gefüllt. Das ist wahrscheinlich sogar genau dreimal so viel Leben. Und rum, na. Bisschen hoch. Oh. So, ich hoffe mal, das passt jetzt. Wie die da alle sitzen. Mama. Ja. Ja. gegen die anderen das boot und geht nach hause ist das die letzte maske die vierte maske tatsächliche glück dankeschön scheint zehn zu fehlen dass mich zurückgebracht bin gespannt was jetzt passiert. Soweit war ich noch nie. Schon gesagt, ne? Auch beim letzten Mal schon. Die Piraten wird es nicht mehr lange geben. Ich werde meine Kräfte nutzen, um sie zu vernichten. Ich bin gespannt. Und die Welt von diesem grausamen... Und die Welt von die... von den grausamen Robotern befreien. Meine Kräfte sind... Kräfte sind beschränkt. Unschlagbar. Das Maximum an Energie geben. Das bin ich mal gespannt. Bin ich gespannt, vor allem was wir jetzt noch für Kräfte eventuell dazu jetzt noch kriegen. Jetzt finde Klingenbart. Auf geht's ja. Auf geht's ja. Vorbei. Ja, wir haben ganze 10 Lumps fehlen uns. Herzlichen Glückwunsch. Da muss ich mal gucken. Das sind wahrscheinlich wieder zwei 5er Lumps. Ich darf...